Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. So und jetzt haben wir euch ja gesagt, wir wechseln auf Frankie, denn mit dem guten haben wir eigentlich so gut wie gar nichts gemacht bisher. Von Frankie, auf Michael verdammt. Damit ihr das auch mal seht mit dem Wechsel. Weil manchmal passieren da echt lustige Sachen. Okay, also in dem Auto, einfach so. Ach der pennt. Ja, dann würde ich sagen, guten Morgen. Ja wie, jetzt sind wir jetzt hier komplett woanders gelandet, kann das sein? Jeder in einer anderen Stadt oder meine ich das jetzt nur? Ne, wir sind auch in Los Santos, oder? Klar. Da war er ja schon. Okay, dann würde ich sagen, starten wir gleich die Mission mit ihm. Michael kann Tennis spielen, ernsthaft. Okay. Mit Frankie können wir uns dafür, äh, na sag schon, golfen gehen. Und das Haus kennen wir ja schon, weil wir mit Frankie schon drin waren. Oh, ich hab's voll versaut. Bin direkt dran vorbeigelaufen. Äh, gelaufen, vor allem, Alter. Gefahren! Oha. Sozusagen wir holen uns mal eine etwas sportlichere Karre. Ich mein, der ist auch nicht schlecht. Ich muss grad lachen, weil mein Kumpel meint, es gibt hier lizenzierte Autos, äh, ja, ja, das Audi-Logo. Ist klar. Guck's dir nochmal genauer an. Wir holen uns den Schwarzen hier, der ist cool. Der gefällt mir. Und du siehst eh aus wie so ein dämlicher Hippie, oder so. Du brauchst den gar nicht. So, erstmal ein bisschen Schrott fahren, genau. No fucking way. Wie's aussieht, lebt Michael in einem etwas privilegierteren Foto. Ah, hier. Warte. Jetzt dürfte er tot sein. Ha! Keine Ahnung, ob Sauras Headshot zählt, wenn man über den Kopf drüber fährt. Übers Assi, ich weiß. Michael's Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du in der Garage parkst. Ja, weiß ich doch. Aha. Wenn man bedenkt, was Frankie für ein Bett hat und für ein Haus, äh... Kannst du den Kleiderschrank umziehen? Okay, das hätte ich vielleicht bei Franklin auch mal schauen sollen. Mal Klamottenläden gibt's ja hier irgendwie gar nicht. Verschiedene Aktivitäten. War's ein Essen oder was? Oder sich betrinken. Oder beides. Ach, der hat einen Tennisplatz hinten im Garten. Hab ich den letztes Mal gar nicht gesehen. Vater und Sohn. Frauen. Frauen. Der Vater ist das wohl scheißegal. Der Vater ist das. Ha 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 You know I've been in this game for a lot of years and I got out alive That makes me the right age You look like a good kid, but if you want my advice give the shit up You work hard screw over everybody that you love Hurt rob kill indiscriminately and maybe just maybe if you're lucky you become a three-bit gangster It's bullshit. Go to college Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism Hmm so what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone right what you saw the other day Was a guy dealing with pests? I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well today's lessons all about humility Tomorrow we try a training montage a training what yeah, I was just lost in an 80s movie fantasy Yeah, he's been a lot of time near as much as I can so that's why you can buy with me, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot Thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth Jesus, okay you a good time. You know that I'll tell you what Least I can do is buy you that beer There's a little bar I like It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you Not on Let's take a man this car Jimmy, where's Jimmy I'm going for a drink Dad shit, I mean our boat going down the western highway. It's been stolen what the yacht's been stolen I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money and they don't want to buy it. They just want to take it I'm hiding in the head You're insane All right, I'm coming for my boat Oh shit Oh shit Change of plans My darling boy is in trouble Hey, I help you out Na dann Jetzt mal mit beiden. Finde ich cool Das Dreamteam Los Lesson number one Don't ever have kids Hey, man. Look if I had kids I don't think no parenting issues would arise over who had both privileges and who don't shit motherfuckers would be lucky to sit in the bad So shit things that desperate, huh? No, but you know shit. I was making a point Mythologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit wet a boat in little shit's been hijacked There's somewhere on the western highway man. Ain't you worried about my boat? Yeah, I am ha ha you can always buy another boat and tell my accountant that man you can always get credit for one But have you come repo it? No, thank you. All right home. I ain't your homie I'm someone you want to impress real man. I thought you was retired Why the fuck do I want to impress some slip away a motherfucker because I can still teach you a thing or two Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail So I'ma help you get this boat back, right? That you are, my friend Oh, there! There, there it is! That's my boat! Your boat's in a fucking hurry, man! Yeah, well, we'll catch him! Oh boy! Then let's go! I have it, please! Well then! I have it, please! They give you shit! I'll take them out! All that's cool, man! You shoot with one hand and drive with the other! But my motherfucking concern is, I might miss the jump and fall in fucking traffic! You said you wanted to learn from the best! Let's go this lesson number one! I can't do this shit from here! Get out of here! I'd rather you don't step on the wheel, right? I'd rather you don't step on the wheel, right? Okay, come on, man, get me near the damn boat! Go! Yeah! Fuck! Oh my god, ey! Oh fuck! Ah! Ah! Wrap! Fuck, kid! Ah! Damn! Get him off my ship! Not the engine shit! The fucking engine! Hey, it's not going to happen to me! He's a useless little bitch! But he's my useless little shit! Just screwing with the wrong retiree! I shoot this motherfucker! Help me! Help me! Haltler, I'm not attacking! What's the use of R? For fuck's sake! Have we now got it? War ich? Ja? Keine Ahnung. Oh man. Oh, der nächste Freak. Das bin ich. Ach Gott, das ist ja Jimmy. Und ich schieße auf den. Erwischt. Eins zumindest. Oh Gott. Ja. Ja. Auch noch. Ja, oder ihn. Komm Frankie. Ja. So, und jetzt müssen wir aber immer noch die Typen kriegen. Das Ding laden ganz schön. Scheiße. Komm schon. Oh nein. Das Ding laden ja extrem. Wie soll man das Boot dann noch verfolgen? Es ist nur ein Ding. Mein Boot. Bitte stopt das. Hör, ich habe mich verletzt, okay? Ich werde nicht lieb, das war ein wirklich schlechtes Begründung. Aber schau, Vater, ich habe fast sterben. Und all du schiefst über das ist, ist das fucking Boot. Nein, das ist nicht das. Es ist... All we do is scream at each other. No wonder we didn't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you by selling my boat to some gangbangers. I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, do you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great. Leave me with the home invader. I'll get it done, dawg. No problem. Dad! Enough! All right? Enough! Hey, Franklin, can you call me a cab? Sure thing, man. Yeah, yeah, yeah. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs by the airport. All right, thanks. Thank you. Hey, so you, uh, do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before I mean, man. No, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with. No? I like looking at it. Looking? Yeah. Yeah, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. Get it clear in my head, you know? Let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit, to fear your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Whatever. Ja, clean heißt das Boot. Und er guckt sich das nur an? Im Ernst jetzt? Alter Schalter. Schau mal Musik aus, ey. Fällt mir jetzt jetzt auf, dass das Radio die ganze Zeit läuft. Oh, da bin ich auch mal gespannt. Oh, jetzt müssen wir die Schrottkiste nur noch irgendwie da hinbringen. Gott, das Willen. Vor allem, wie das Ding einfach mal abkratzt. Ich finde, Michael ist ein guter Fahrter, auf jeden Fall. Er mag seinen Sohn. Hey, das ist der Ort hier. Ich weiß diesen Mann, der Name Howe. Er wird nach mir schauen. Okay, holst was in meinem Pocken. Ein paar tausend Dollar. Das wird ihn verraten, oder? Ja, das sollte cool sein. Gut. Geh, so ist das? So, you sure you're good? Yeah, I got this. Oh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'mma get the ride fixed, man. Drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You gonna get your hair right, all right? All right, listen. Thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? So, man, I'm sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Oh mein Gott. Was ein Lappen. Los Santos Customs. Da können wir uns jetzt reparieren lassen und aufmotzen theoretisch auch gleich wieder. Mei Batsu. Das wollte ich. GTA-Version von Daihatsu. Dann wollen wir mal. So. Ja, Hauptsache gut eingepaft. Was Uber macht. Zentine. So, reparieren. Ja, ich versuch's. Dann pimpt man das Auto doch auch gleich, damit er unter Umständen vielleicht sogar Ah ja. Bordbremsen, okay. Aber das Ganze ist ein bisschen Luftkühler. Diffuser. Was ist das? Langsamer als Boot, also komm. So, gleich mal gucken, dass wir da ne Coole kriegen. Ja, nehmen wir hier Kavallerie, weil mit dem anderen haben wir ja schon La Cocoracha. Und das muss erst mal reichen für den Anfang. Ich hab's keine Lust schon wieder alles auszugeben. Okay, und jetzt werden wir zu Michaels Haus fahren mit dem Ding. Ja, ich werde dich nach Hause nehmen. Ja, das ist Franklin, oder? Ja, Franklin. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Markable skills are watching TV and daytime drinking man. Look. I don't know home. He seems okay to me shit He saved your ass you saved my ass Man well well, maybe we could together, you know like maybe we can get shit done We couldn't do seven if it keeps him out of the house. That's cool by me Yeah, well, we'll see look. I'm sorry. My dad lost to your job. It's hard out there tough I mean, I'm employmentally challenged at the moment You got fired dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there home. You been putting them resumes out there, but no one's iron, huh? No, I, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the day's just kinda disappeared. Hey, you play right to slaughter? Nah, not since the first couple. Okay Okay. Okay, also macht er dasselbe wie ich. Der zockt den ganzen Tag, nur dass ich halt noch arbeiten gehe neben mir Deswegen hält sein Vater ihn auch für unseren Versager Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Nein I think about it, homie Or, or we could just, like, choppy, you know? Play darts or get our drink on? Strip clubs? Come on, dude, I get real crazy Yeah, I got your numbers shit, I need it, man, but, uh, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dawg, alright? Alright, church Exactly, man My brother from another mother I mean, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day See ya Yeah, whatever, homie Peace Gott, ist der scheiße, der Typ So, neue Kontakte, Michael und Jimmy Ich find das cool, dass es hier immer so Überschneidungen gibt Garagen können jetzt erworben werden Die noch Waps werden kann, werden hier aufbewahrt, okay Yo, F Hab dich beim Life Invader eingeladen Nimm an und wir können abhängen Kannst mich jederzeit anrufen, Bruder Jederzeit Und dann hauen wir auf die Kacke Bis dann, Chisel Oh, Gott, das will Will ich das wirklich Mit Chisel Der Typ ist so fertig So, was haben wir denn jetzt als nächstes auf hier? Erstmal keine Quest mehr mit Michael, oder was? Nur Fremde, beziehungsweise Freaks und sonst Ne, sonst ist da erstmal nix Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen Lass was gut sein für heute Ich weiß, ich sag schon lange, dass irgendwann mal ne längere Folge kommt Ja, wird auch mal ne längere Folge kommen Aber ich will's halt nicht übertreiben am Anfang Nicht, dass dann gleich wieder alle abspringen oder so Weil sie denken, äh, viel zu lang und so Das war jetzt doch ne schöne Mission Und denke, da kann man's dann auch mal dabei belassen Von daher, kommentiert fleißig Schreibt mir was in die Kommentare Äh, lasst ne Bewertung da Und seid beim nächsten Mal wieder dabei Danke fürs Zusehen, macht's gut und Tschüss